. . Steinerer Laubel. Steinerer Laubel. Bitte Antworten. Sind am Stabilitätstest. Was? Sind wir am Stabilitätstest? Hey. Freddy! Danke. Ich hoffe, Sie sind ja vollkommen hinterein. Der Schubtest ist gemacht. Ich habe ihn vor dem Stabilitätstest genommen. Das ist perfekt falsch. Stabilität vor Schub. Nein. Das Atelier-Modul kommt langsam auf uns zu. Im Grunde sehen wir die vier Trägerraketen. Alle Köpfte gehen jetzt gleich. Ob da oder dort. Menschheit ist eigentlich synchronisiert.